Es ist ein Schock für das DFB-Team. Bayern-Star Leroy Sané fällt für das WM-Auftaktspiel gegen Japan aus, berichtet die BILD. Der Grund sind Probleme im rechten Knie. Schon das Abschlusstraining in Katar hatte ohne ihn stattgefunden. Wann Sané wieder einsatzbereit sein wird, ist derzeit noch unklar. Ein Turnier ausscheint aber kein Thema zu sein. Bundestrainer Hansi Flick muss nun umdenken, denn Sané galt für die Flügelposition als gesetzt. In der laufenden Bayern-Saison war Sané zuletzt in guter Form. Er schoss in 19 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete sechs weitere vor.